Hey, hey, sind wir Angie? Ihr seid bei Bodyweight Training. Bodyweight Training ist Training mit dem eigenen Körpergewicht und wir gehen nach dem Warm-Up sofort zum Boden und da warten euch wunderschöne Sachen. Also, viel Spaß! Tief Luft holen, einatmen, zusammenfallen, einatmen, zusammenfallen, Luft holen, ausatmen, nochmal, Wiederholung, yes! So, luken schon mal ein bisschen die Fersen, denn wir machen einen kleinen Jump. Einatmen und aus. Zieh den Bauch rein, wenn du springst, nochmal, ausatmen, gleich geschafft, zwei noch, einer noch, der letzte ist für Angie, nein, für dich, lösen, Schultern, rollen, rollen mit mir, yes! Bist du dabei? Ich hoffe ja. So, guck mal meine Füße. Verlassen wir schon mal an. Yes! So, Achtung! Jetzt nur die Beine. Rechts und links. Arme. Komm mit! Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, eine Fersen oben, eine und gut. Aktive Arme. Halt durch. Wir sind im Warm-Up. So, Achtung, vier, drei, zwei, Achtung, beide Fersen lupfen. Ein imaginäres Springseil. Und wenn du sagst, jo, Angie, ich kann richtig, dann mach es. Ausatmen. Springseil. Yes! Can you feel it? Yes, I can feel it. Achtung, abrollen. Yep. Aktive Arme. Aktive Füße, Beine. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und gehen. So, ein machen wir noch. Hersen. Haken aufstehen. Raus auf Kick. Aus den Kicken. Wird das Knie. Komm mit. Arme weg. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Beine nach außen. Arme mit. Außen. Außen. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Arme ändern sich. Tipp. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Achtung, Ellbogen kommt. Nur in die Richtung. Du bist über Kreuz übrigens, ne? Weißt du. Yes! Yes! Uhuhu! Yes! Komm. Genießen. Noch vier. Drei. Zwei. Wir schließen die Beine. Jupp. Jupp, jupp. Noch vier. Drei. Unterschenkel tippen. Guck mal. Jupp. Unterhalb des Knies. Vielleicht. Here we go. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gehen. Jupp. So, wir sind das stehen. Hüft breit. Arme. Hinsetzen. Enge Kniebeuge. Hochkopf. Bist du bereit? Wir haben acht Stück. Ready? Go. Tief. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Arme in der Kopf. Beine. Beine. Beine bleiben eng. Die Ellbogenversuch draußen zu lassen. Vier, acht. Los geht's. Tief. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Letzte. Yes. Weite Kniebeuge. Ende. Doppelte Schulterbreite. Gebt es Bescheid. Hände zusammendrücken, wenn es hoch geht. Gesperte. Tief. Drücken. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und bleiben. Halten. Halten. So, jetzt drücker. Drück. 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 Spür die Bauchspannung. Halten. Halten. Vier. Drei. Zwei. Hochkopf. Ah. So. Jetzt ist es soweit. Wir gehen zum Boden. Die Übung heißt krabbeln. Lauf vorne und wieder zurück. Viel Spaß. Yes. Puh. So, pass auf. Das ist hier die nette Session. Aber die machen wir nicht. Schade, ne? Ja, schade eigentlich, ne? Nein, von oben geht's los. Warte. Ready. Go. Bist du bereit? Here we go. Einmal ein bisschen die Planke. Mit Gestreck nahm. Kommt rein, aber schon. Vier. Nicht durchhängen. Bauch weit ziehen. Komm, bitte noch. Nummer sechs. Sieben. Letztes Mal. Yes. Puh. Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Zweite Runde. Nach vorne laufen. Ein Liegestütz. Entweder gestreckte Beine oder Knie. Wie du willst. Und zurück. So, guckst du irgendwie. Entweder. Aber auf alle Fälle musst du wieder zurück. Here we go. Komm. So, Nummer vier. Vier brauchen wir noch. Drei noch. Letzt und zwei. Letzt und zwei. Letzt und zwei. Yes. Juhu. Ja. So Boden. Unterarmplanke. Auf die Unterarme. So, wichtig. Bauch reinziehen. Rücken anspannen. Yes. Wir schieben die Füße nach vorne und zurück. Guck mal zu mir. Planke. Wir schieben. Und vor, rück. Steig ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Abliegen. Wie war's? Schaff ich schon? Wuhu. Zweite Runde. What? Wirklich? Yes. Füße aufstehen. Planke Position. Wir schieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Pause. Auf. Oh. Gott sei Dank. Luft holen. Wir haben schon so viel geschafft, Leute. So. Pass auf. Trizeps Push Up. Es geht um hier. Ja. Trizeps Push Up. Das heißt, die Arme sind eng. Das machen wir jetzt. Hände gucken nach vorne. So. Du kannst Lacke Beine machen. Oder auf die Knie. Ich gehe auf die Knie. Vier. Fertig. Los geht's. Eins. So. Auch hier. Bauch reinziehen. Die Ellbogen dürfen nicht raus. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Letztes Mal. Pause. Wuhu. Ich weiß, es war schön. So. Hängen wir alle mit dran. Rückenmuskeln. Guck mal zu mir. Arme. Rechter Winkel. Daumen oben. So. Guck mal. Arme und Beine. Nach oben ziehen. Machen wir acht Stück. Ready? Für vier. Drei. Zwei. Los geht's. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Pause. Wuhu. Atmen. So. Die beiden letzten Übungen zusammen. Guck erst. Erst kommt der Stütz. Dann gehst du runter. Und jetzt hiebst du ran. So. Arme passieren. Platzieren. Fertig. Wir starten. Hoch. Tief. Anheben. Hoch. Tief. Anheben. Hoch. Tief. Anheben. Yes. So. Letzten vier. Vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte. Wuhu. Ah. Wie schön. Yes. Es gibt eine gute Nachricht. Wir drehen uns um. Yes. So. Wir haben unser Körper. Wuhu. Also mir geht's gut. Mein Puls ist so. Mir ist warm. Ich hoffe, bei euch ist das auch so. So. Bauchmuskeln. Erst gucken. Du brauchst auch die kleine Armlänge. Abstand. Zwischen. Schulter. Und Knie. Ja. Das ist unsere Position. Das heißt, hier spürst du schon Bauchspann. So. Du musst aber erst mal gucken. So. Wir gehen runter. Ja. Zieh hoch. Ohne, dass du uns wohlkreuz gehst. Arme wieder tief. Und wir gehen zurück. Warte. Los geht's. Runter. Bauch rein. Eins. Und zurückkommen. Zwei. Und. Drei. Und vier. Fünf. Und sechs. Sieben. Zieh den Bauch rein. Kommt noch einer. Pause. So. So. Ich hoffe, es war schön. Du kriegst ein Level mehr. Ich freu mich auch. So. Einmal gucken. Beide Hände. Holste. Nach unten kommt. Du brauchst wieder die Armlänge. So. Wir gehen jetzt erst mal boxen. Guck erst zu mir. Wir gehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oben. Jetzt hast du acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh, wie schön. Noch vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja. Komm gleich geschafft. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und einer noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Pause. Yes. Abstützen. Eine Runde Bauch haben wir noch. So, Übung kennst du. Bitte gucken. Nicht zu viel Gewicht hier hinten. Gewicht ist in der Mitte. Schau erst. So geht's. Lang. 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 Los geht's. Und. Atme. Noch acht. Acht. Sieben. Komm ein. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. Yes. Das war schön. So, Achtung gucken. Beine. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zurück. Wenn du willst, stell die Haken ab. Bereit. Knie hoch. Zusammen. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Einer noch. Beine geschlossen, bitte. Fertig. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh, meine Matte wandert. Puh. Für mich war's schön. Letzte Runde. So, gucken. Seid. 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 Steig ein. Jupp. Nochmal. Seid. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. Huse. Huuu. So, es kommt das Beste. Rückenlage. Aber sorry. Noch keine Sprengung. Wir bauen eine Brücke. Yes. So, Achtung. Haken aufstehen. Huuu. So, wir bauen eine Brücke. Erden und Boden. Moment. Sieht recht da. So, Elbungen in den Boden. Hier hast du eine Brücke. Da ist Platz. So, du musst Platz haben hier. Wir gehen tief und hoch. Oh. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Nochmal. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Nochmal acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Halten. Runterkommen. Füße entspannen. So, wir haben noch eine Runde, Leute. Haken wieder aufstellen. Wichtig. Damit wir Spannung haben. Popo hoch. So, ein Bein hoch. Egal welches. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Boden darf nicht berührt werden. Yes. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wir legen ab. Po bleibt oben. Letzten acht hier. Komm. Tief. Hoch. Tief. Hoch. So, nochmal. Yep. Yes. Atmen. Komm. Die letzte vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte. Abstellen. Füße entspannen. Popo runter. Die gute Nachricht. Eine Seite haben wir. Yes. Komm. Haken nochmal aufstellen. Du musst noch einmal stark sein. Yep. Abstützen. Popo hoch. Anders Bein. Bist du da? Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Wir haben noch vier. Vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte. Oben bleiben. Ablegen. Ablegen. Was.